Jetzt weiß der Orchester-Teil und da singt ihr bitte, bitte, bitte alle mit. Also du hast schon wundervartig gestorben, aber ich bitte alle. Ja, also schön kräftig. Seid ihr bereit? Dann geht's los. Der Wille lacht, der Wille lacht, was hat die Männer dazu gebracht? Dass er so lacht, dass er so lacht, dass die ganze Riesen-Große, diese wirklich entvermösen Affen-Kolle, völlig volle Zirkus-Bude. Ja, ja, das war sehr gut, sehr gut. Ist es vielleicht das Zirkuszelt, das völlig winchig aufgestellt? Ist es vielleicht ne Mann geklacht, dass der Geld so furchtbar lacht? Ist es direkt das Haus zu kurz? Oder liest er einen vor? Oder lacht er einfach so? Vielleicht hat er auch ne Blut. Sitz da ein Frosch in der Posaune? Oder liest er seine Laune? Dass es so was wirklich gibt? Vielleicht ist er auch verliebt. Blimmt er einfach völlig aus? Oder gibt's denn ihn der Lausch? Schribbeln, es gibt ihn der Naas. Oder gibt es hier Lachgas? Oh, Küsst doch bitte! Alle zusammen! Sehr, 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 sehr. Der Löffel lacht, was hat die denn dazu gebracht? Dass er so lacht, dass er so lacht, dass die ganze Riesen-Große, diese wirklich entvermösen Affen-Kolle, völlig volle Zirkus-Bude. Alle Zirkus-Bude. Oder auch das.